Bist du bereit für den absoluten Randomizer-Spaß? Wenn du es hinbekommst, direkt richtig zu guessen, was hier rauskommt, wenn du einen Grasblock abbaust. Okay, pass auf, pass auf, pass auf. Ich sage dir, in diesem Gras ist direkt ein Blaze drin. Ja, bro, perfekt. Also, ein absoluter Traumstart. Wir werden versuchen, Minecraft durchzuspielen. Ihr werdet es relativ simpel verstehen. Es ist in jedem einzelnen Block ein random Monster versteckt. Ich warte kurz, ich warte kurz, du hörst mal. Naja, es wird super chaotisch, selbst wenn ich diesen Holzblock abbaue. Kann dahinter alles sein, sollte euch das ganz gefallen. Lasst unbedingt einen Like da, schaut bei Kevin vorbei, um super nice ein Konto zu bekommen. Und abonniert unsere Kanäle. Lasst uns hoffen, dass Holz keine weiteren Probleme... Oh, no, 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 no. Ich nehme das Holz schnell mit. Ich habe das Holz. Ja, gutes Team. Lasst gucken, dass wir noch eine abbauen, Bro, dann können wir wieder die so strippen, weißt du? So wie wir es letztes Mal gemacht haben. Ich glaube, das ist smart. Bro, warum... Also, die wollen nicht in die Helligkeit, ne? Die gehen nicht raus. What the fuck, die bleiben, die sind da stuck, das ist true. Also, ich habe noch nie so... Also, ja, Wither Skelette trifft man normalerweise jetzt auch nicht so oft in der Overworld, aber... Das wusste ich nicht, dass die nicht in die Sonne wollen, das ist geil. Dann mopse ich mir einfach, dann baitet die mal rüber, dann hole ich mir das Holz. Weißt du was, wir killen die jetzt einfach, damit wir direkt schon mal Steinschirter und Kohle bekommen. Boah. Was bist denn du für ein Boss? Guter Call. Hey, danke dir. Falls ihr, by the way, die erste Folge nicht gesehen habt, als wir wirklich kurz vorm Ziel gestorben sind, checkt die auf jeden Fall gerne ab. Ist der interessant geworden? Wahnsinn, vielleicht sollten wir Holz nicht... Ja? Wollen wir hier Holz mehr mitnehmen oder wollen wir vielleicht wirklich das mal rechts klicken mit der Axt, weil das könnte was Geiles sein. Dann würde ich jetzt mal eine Axt-Craft-Room. Oder wir versuchen es erstmal mit der Birke. Vielleicht ist die Birke entspannter. Joa, easy. Ist nicht perfekt. Ja, ich meine, wir haben Tag, sie ist am chillen, das ist gut, das ist gut. Was aber ehrlich... Warte mal, greifst du den Spinn am Tag nicht an? Kevin, das kannst du mir jetzt nicht erzählen. Das ist wirklich... Digger, seit wann, hä? Oh, Bro, die Grenze hat, what the fuck, Bro, ey, halt, du hast mich angelogen. Nein, sie greift dich bei Tag nicht an. Ich weiß nicht, was... Doch, hat sie. Lass uns eventuell... Wie viel Holz hast du? Ich hab... Ich... Hier war es nicht für Spaß. Ich würde mal ganz gerne... Guck mal, siehst du da vorne den Spot, wo wir direkt Cleanstone an der Wand haben? Dort möchte ich... Ähm... Oh, pass auf, Skeletten. Ja, da möchte ich ganz gerne hin, weil wir dort... Bro, das ist ganz, ganz schrecklich hier alles gerade, ne? Ja, ich find's auch nicht so geil. Eisbären. Oh, nein. Ey, hier, hier ist auch Capstone, Bro. Hier ist in der Höhle, das ist vielleicht besser. Hier drüben bei mir? Äh, ja. Schau mal, hier. Das finde ich eigentlich ganz, ganz nice. Hier ist auch Kohle. Okay, dann würde ich mal den Crafting Table placen und uns eine Pickaxe machen. Mach mal eine Holzspitzhacke und jetzt müssen wir hoffen, dass halt Cleanstone mal zum ersten Mal gönnen. Wir hatten bis jetzt Evoker, Spinnen und Wither Skelette. Okay, dann lass mal gucken. Ja. Ja, the goat. Ja. Easy, oder? Ja, ist okay, ist okay. Okay, dann baue ich mal acht ab und wir machen mal Essen, oder? Ja, würde ich sagen. Du musst aber gucken, eine Ziege kann, wenn du stehen bleibst, sich auch rammen. Okay, das ist tendenziell nicht so gut. Da vorne haben wir auch direkt ein Dorf, habe ich gerade gespottet, aber ich glaube... Ey, wie viel Essen hast du? Sorry. Ähm, wenig. Äh, was hast du... Du hast ein Dorf gespottet? Ich habe ein Dorf gespottet und du hast mir die schlechtere Spitzhacke gegeben, ne? Äh, vielleicht. Cooler Witz aber an der Stelle. Gib mal einen Call ab. Was kriege ich hier raus? Hm, ne, einen Villager. Ja, ist also... Boah, okay, nah dran, aber... Es ist ein Zombie-Villager. Ist ein Zombie-Villager. Also ihr müsst euch vorstellen, Leute, unser großes Goal wird halt sein, Blaze... Blaze es auf jeden Fall zu bekommen und eben auch am besten Enderman. Wenn wir das haben, ist mehr oder weniger Jackpot. So, nein. Oh, sorry. Ey, der hat Eisengedroppt, der hat Eisengedroppt. Wie holen wir das? Äh, einmal durchlaufen und... Ich kann nicht mehr sprinten. Okay, schön. Oh, ich kann nicht sprinten, boah. Ich glaube, ich bin tot. Ja. Sorry, Bro, es ist mein erster Tag Gaming. Ich war so lange weg. Ja, es hat immer wieder seine Aufs und Abs. Aber ey, Leute, eure beiden Lieblings-Streamer werden das doch easy hinbekommen. Ja, lass jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Ja, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann habt ihr eh was falsch gemacht. Kevin, ähm, wollen wir hoffen, dass unser Gras keine Evoker mehr spawnt. Wollen wir sie ihn testen? Ja, mach es, komm. Das ist eigentlich ein Ritual. Man muss es am Anfang schon machen. Gras gibt immer so ein bisschen an, in welche Richtung der Run geht. Äh, in welche Richtung der Run geht. Oh mein Gott, oh mein Gott, das ist eine Katastrophe. Oh mein Gott, ja. Ey, guck mal, das zeigt uns jetzt eher in eine gute Richtung oder eher tendenziell in eine schlechte Richtung. Ey, das ist halt auf einem Level mit einem Evoker. Wenn du aus Versehen einfach Gras ab... Boah, bitte, mach es nicht, ne? Wenn wir wieder Mining-Fatigue die ganze Zeit bekommen. Holz. Oh, Bro, ist mega, ist mega gut. Free Eisen. Free Eisen, dann machen wir direkt erstmal Voll Eisenrüstung, oder? Ja, auf geht's. Kriegst es aber hin, dass du dir nichts, nicht außerdem mal schlägst, ja? Nee, 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 Quatsch. Eisen? Machen wir uns noch eine schöne... Das ist jetzt nicht dein Ernst, Kevin. Ich wollte cool sein, ja, das ist alles, was ich machen wollte. Kevin, ich sag dir ehrlich, also ich glaube, du hast bis jetzt sehr viele Zuschauer sehr krass verärgert. Wie möchtest du das gut machen in Versuch Nummer 3? Was ist deine Entschuldigung? Eine der ersten drei Sachen, die wir abbauen, wird noch besser sein. Na dann, du kennst das Ritual. Krass. Ich bin nicht zufrieden. Du kannst dir einen Baum aussuchen, Birke oder Eiche? Wir machen mal die Birke. Alright, du machst Birke, ich mach Eiche. Wer besser ist? Ich hab so ein lustiges... Oh mein Gott! Ach du Scheiße. Ab ins Wasser, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Oh mein Gott, Bro. Das ist übrigens der Warden. Ich hatte so einen Invoker mit einer blauen Schürze, ich weiß nicht, was der macht. Ja, Illusionist, den gibt's normalerweise nicht im Spiel. Das ist übrigens der Warden. Und den Effekt hast du gerade mitbekommen, ne? Mhm. Der ist wie Blybnis, aber anders. Hab ich in einem Video von dir gelernt. Oh, krass. Ja, bei Blybnis kannst du nicht sprinten. Wollen wir hier so Kelp abbauen? Und dann? Mal gucken, was ist. Kelp. Der Arme. Jetzt ist er hier alleine. Also das ist... Oh, oh, nein, 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 das ist eine Hexe. Schnell weg. Ja, dann schwimmen wir mal weiter. Die Hexe und die Esel, jetzt im Kino. Kelp, also ich sag dir ehrlich, ich hab ein gutes Brustmuskulatur-Workout mit dir gemacht, nachdem wir jetzt 10 Minuten lang hier im Ozean geschwommen sind. Aber was machen wir jetzt? Also Birke und Eiche sind halt beides Endgegner. Können wir jetzt nicht machen. Hast du... Ja, wir müssen... Also ich hab eine Birke mitgenommen. Das heißt, wir könnten schon mal ein Crafting-Table machen. Ja. Wir könnten vielleicht... Ist das eine Wüste oder ein Strand links? Ich glaube, das ist leider nur ein Strand. Ich hab halt Eisen aus Shipwrecks. Bedeutet, wenn wir jetzt zwei... Wie viel? 17 Stück. Also wenn wir Sticks bekommen, könnten wir halt eine Axt machen und Eiche und Birke entrinden. Würde aber bedeuten... Oh, da vorne sind Akazien. Perfekt. Boah, na let's go. Wichtig. Ich mach's, ja? Oh, Bro. Ey, das kannst du keinem erzählen, ne? Okay, warte mal. Warte mal. Verwandeln die sich nicht irgendwann? Ja, ja. Einfach wandeln sich. Einfach wandeln sich. Aber, Bro, pass auf. Pass auf. Wirklich der... Du bist du, ne? Ultrascharm? Ultra, ultra. Pass auf, hier ist auch unten eine Spinne. Pass auf, hier ist auch unten eine Spinne. Spinnen, spinne, spinne. Und rindet, äh, Akazien. Komm, bitte, irgendwas Sinnvolles. Oh, Bro, was ist denn das? Oh mein Gott, Digga. Wie hardcore. Ich nehm den Crafting Table mit, ja? Crafting Table ist einfach nur ein Pillager. Alright, sehr gut. Aber guck mal, hier zum Beispiel in der blauen Blumen ist was übelst geiles drin. Ja? Kannst du Kevin den essen? Du kannst den schon essen, aber der wird dich jetzt nicht... Kevin, Kevin, willst du dich eventuell, ähm... Oh, du musst mal laufen, Bro. Ich kann nicht sprinten. Lauf dir mal schon mal vor. Ich hab ein Dorf. Kevin, bitte, du musst überleben. Ja, 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 on my way, on my way. Du musst jetzt in Richtung Norden. Siehst du mich? Ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich. Ich bin jetzt im... Ich enter den Concentrate... Ähm, äh... Ich enter den Concentration Mode jetzt. Ich komm auf jeden Fall mit sehr viel neuem Essen um die Ecke, Bro. Das ist ganz gut. Ja, hier haben wir auch ne Menge Heublöcke. Also, Essen könnte schnell... Kann der Eisengolem den angreifen? Ja, der Eisengolem, der hilft mir. Du hast zwar letzte Runde noch Kevin getötet, aber kannst du uns jetzt wieder bitte helfen? Nee, nee, das war nicht er, das war ein anderer. Boss. Oh, Boss, Junge, was eine Maschine, Bro. Dann machen wir uns direkt ein paar frische Brote. Ja, ist ganz fit. Ja, easy. Geil. Du kannst dich gerne um Essen kümmern. Ich, ähm, hole jetzt mal entrindete Eichenblöcke. Geil. Machen wir so. Pillager. Ich wünsche dir viel Erfolg, Bruder. Ich hoffe, dass du was hier verlust hast. Pillager. Mann, warum ist denn jedes... Jeder Holzblock ist bis jetzt richtig schlimm. Ich könnte jetzt hier nochmal die Old Planks, die hier stehen, auch nochmal probieren. Das ist ein Eisbär. Ah, ich probiere hier auch mal einen Zaun. Okay, Zaun ist ein Trading Llama. Ich weiß nicht, ob wir noch mehr brauchen, Tobias. Wir haben halt jeder 18 Stück. Ich weiß nicht, ob das reicht. Boah, das ist zu wenig. Aber ich habe auch noch ein bisschen Fleisch, was wir braten können. Wir müssen halt nur so eine Bratmaschine hier, so ein Furnace machen. Haben wir schon einen normalen Grasblock mal abgebaut? Wollen wir das nochmal machen? Gönn dir. Ich würde halt voll gerne jetzt wieder Fische oder so bekommen, weil Essen wäre zu wichtig. Ja, same. Essen wäre so stark. Ja, perfekt. Ja, genau den Fisch habe ich gemeint. Perfekt. Ja, der schmeckt lecker. Das ist mein Lieblingsfisch. Okay, sollen wir nochmal ein normales Dirt machen hier? Yes, try it. Oh mein Gott, Dega. Es ist so frech. Okay, aber hier Doppelgras. Doppelgras. Pass auf. Yes. Oh mein Gott, das ist die Fische. Kevin, du baust keine Blöcke mehr ab. Also Ernsthaft. Junge, Alter, ich hasse diese Fische. Reset und runter. In die Höhle. Let's go. Ein Neuanfang starten. Wow, so viele neue Blöcke, so viel mehr Spaß. Okay, haben wir ein normales Coverstone abgebaut? Normalen Cleanstone haben wir noch nicht, oder? Ja, dann mache ich das mal hier. Dann lass mal erstmal runtergehen, dass wir ein bisschen Platz haben zum Weckland. Ja, genau, damit wir... Okay, dann würde ich es hier machen, ja? Ich mache. Och, nee. Ich meine, das ist gut, aber für Furnace, right? Auf jeden Fall. Das ist nicht so schlecht. Ich habe auch noch reine Kohle vom Willerskull. Und ich schmier mir ganz kurz ein Brot. Easy. Wollen wir mal Kohle probieren, damit wir... Ich habe noch... Das ist vielleicht, ob wir alles durchbraten können. Ich habe ein bisschen Angst, ne? Coolback, bro. Oh mein fucking Gott, no. Schaffst du es irgendwie zu überleben? Ich bin hinter dir. Ich glaube, wir sollten sicher sein. Solange die Bossbahn nicht da ist, ist alles gut. Ja, denke ich auch. Alright. Diamonds. Oh mein Gott, no. Ich habe mich für den ultra schwer zu... Also, ich check das nie, ne? Ist da irgendein Strat, oder so? Bro, der macht auf jeden Fall gut... Der macht auf jeden Fall gut schaden, der Kollege. Wir hauen einfach. Versuch einfach wegzuhören. Ja, würde ich auch sagen. Immer schön essen und... Dann gibt es heute keine Diaz. Mach dir was ein? Ey. Korrekt. So, dann gucken wir mal, was Redstone ist. Ist nicht erst mal full, bro. Ich glaube, wir sollten erst mal kurz... Eine Schalker. Schalker. Können wir damit irgendwas machen? Nein, das ist halt eine Kiste, ne? Aber brauchen wir nicht unbedingt. Ist jetzt nicht so notwendig. Hast du den einen Dia aufgesammelt, bro? Äh, leider nein. Leider nein, bro. Guck mal, so können wir den eigentlich easy killen. Hast du das gerade gesehen? Also guck, pass auf. Ey, haben wir schon Dieveslate einmal abgebaut, Basti? Ich will dir ganz kurz zeigen, wie das jetzt hier geht. Guck mal. Wenn du den jetzt abbaust... Und jetzt einfach nur in der Mitte durchgehend... Oh, Junge. Smart, smart. Du bist Boss. Machen wir den nächsten hier noch, zack. Oh, der macht trotzdem Schaden, Bruder. Da musst du aufpassen. Ja, auf jeden Fall. Schön, Bruder. Ich habe das Gefühl, dass das der Try ist, bro. Ich habe wirklich gesehen... Ja, nachdem wir Warden, Wither, Illusionär, Revenger... Alles schon gesehen haben, so. Ja, und jetzt stell dir vor, wie geil es ist, wenn wir es trotzdem schaffen. Ja, stimmt schon. Wenn du jetzt Dieveslate abbaust und es ist wieder ein Wither, dann weiß ich nicht so ganz, wo wir noch hinrennen könnten. Okay, ist eine Spinne. Wir brauchen halt immer noch irgendwas für Essen, ne? Also wir haben zwar noch, aber langsam wird es knapp. Es wäre schon cool, sich um Essen keine Gedanken machen zu müssen, ja? Haben wir schon mal Dieveslate-Eisen abgebaut? Nope. Wir haben generell in der Höhle dann nur erst Redstone und... Wer ist er? Ja, kennst du ihn noch? Der Wizard kommt auch, der Wizard kommt, der Wizard kommt, bro. Kevin, nimm das in die Offhand. Nimm das in die Offhand. Das brauche ich nicht. Kevin, bitte nimm das in die Offhand. Ja, ja, hab, hab, hab. Oh, schön, schön. Ich kümmere mich um die Becks. Bro, unterschätzt die nicht, ne? Die sind so insane. Ja, ja, ja. Ja, wir müssen... Bro, die Höhle können wir nur in diese Richtung verlassen, wenn wir uns nicht durch Dieveslate bauen. Also hochbauten... Ja, was ist Dieveslate nochmal? Also diese Steinblücke. Also wir müssen irgendwie am Wither vorbei, wenn wir wieder rauskommen wollen. Oh mein Gott, ist das dumm. Okay. Oder wir machen uns jetzt eine Dia-Spitzhacke, bauen Opsinnen ab und gehen dann jetzt einfach an den Nether und versuchen über den Nether abzuhauen. Wir können ja die Dia-Spitzhacke machen. Ich hab Dia's, ich hab vier Stück. Ich versuche Arme Tristock. Ich mach das Lieder, ich mach das Lieder. Scharf. Oh ja. Schön, schön, schön. Essen, essen, essen. Ja, dann würde ich sagen... Ja, geil, Digga. Dann machen wir erst mal Essen über Scharfe, oder? Ja. Dann haben wir erst mal die erste Hürde schon mal gelöst. Essensproblem ist dann... Sehr, sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Ich glaube aber Kohle war auch nicht was geiles. Wir brauchen halt ein Lavasee. Lavasee wäre so gut. Lava könnte man auch benutzen als Brennstoff und halt dann einfach abhauen über den Nether. Guck mal, hier haben wir eine einzelne Quelle. Okay, okay, okay. Das ist schon mal... Aber das ist schon... Für unsere Schafsache ist es schon gut. Also für Essen sollten wir vielleicht mitnehmen, oder? Ja. Ich guck mal, ob ich hier Lava... Lava-See gefunden. Das ist unfassbar gut hier. Oh, geil. Und vier... Ey, Bro, ich hör den Wither. Langsam kommen. Okay, dann sollten wir jetzt langsam abhauen. Okay, watch this. Jetzt zeig ich dir, wenn man Minecraft spielt. Watch this. Hast du noch nie gesehen, oder? Warte mal, 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 warte mal. Irgendwas hab ich aufgeloht. Kannst du mir den Schritt erklären, den du jetzt gerade gemacht hast? Irgendwas hab ich falsch gemacht. War das erste L doch richtig? Oh nein. Oh nein, 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 nein. Ey, Bro, mach du mal. Hier ist der Eimer. Alright, Kevin. Pass auf und schreib mit. Ja, okay, ich hab's richtig gemacht beim ersten Mal. Du hast halt so getan, als hätte ich's falsch gemacht. Du hast irgendwie so gesagt, nö, nö, blablabla. Nee, nee, das ist richtig, was du hier machst, ist super. Das war ein klasse Ding. Ja, Bro, Nojo, ähnlich was auch. Ja. Bevor wir da jetzt aber reingehen, sollten wir uns noch um eine andere Sache kümmern. Und zwar, wir müssen halt auch Obsidian fahren, ne? Damit wir wieder easy rauskommen. Bro, weißt du, was wir tryen könnten? Aber ich weiß nicht, ob wir es unbedingt müssten. Wir könnten versuchen, was Schneeblock ist. Ja. Man könnte eigentlich meinen, man könnte eigentlich meinen, das ist übelst unnötig. Aber... Bro, 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 wir haben ein Problem. Was jetzt? Ja? Ähm, hast du einen neuen gespawnt? Oder ist es der alte? Das ist, äh, der alte? Essen haben wir notfalls auch. Nein, komm, einfach rein, einfach rein. Ich will hier weg, Bro. Ja, ja, bin, 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 bin. Die Diamanten könnten wir abbauen, ja. Aber ist mir alles ein bisschen zu heiß. Ich möchte jetzt einfach aus der Höhle raus. Einfach nen... Ey, du, wir wissen nicht, was Obsidian ist, Bro. Pass auf. Doch, ne Ziege. Ja, haben wir das schon gemacht? Ja, ich hab's vorhin gemacht. Während du nen Wither, glaub ich, gespawnt hast. Also, by the way, zur Erklärung, Leute. Wir, ähm, holen uns jetzt halt nicht Blaze-Rots, einfach über ne Festung ran oder so. Weil, wär halt ein bisschen langweilig. Ach, Kevin. Ich verarsch, ich hab's im Obstidieren. Weg, 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 weg. Kevin, wir müssen jetzt Parkour zurück zum Portal. Er würde jetzt auf uns drauf gehen. Und die Makakübs nerven auch nochmal ultra. Portal-Placen und wieder hochgehen? Ist das so wie ein Ding? Boah, das sieht gut aus. Das sieht sehr, 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 sehr gut aus. Gute Arbeit, Basti. Und jetzt. Boah, schön. Und jetzt abbauen. Ich deck dich. Oder wir platzieren es einfach neu. Und hauen ab. Nee, nein, 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 oder? Bro, ich will leben. Komm, 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 komm rein. Sind wir erst mal sicher vom Warden? Und bauen jetzt nochmal neu, jetzt bauen wir nochmal neu Obsidian ab und bauen irgendwo anders ein Portal auf. Damit wir weg sind von dem. Ja, guck mal, also da sind wir ja ordentlich weit weggekommen. Perfekt. Ja, mega geil. Ich baue das nochmal ab, aber du kannst schon mal einen Weg vorbereiten, dass wir ein bisschen wegkommen. Ja, mach ich. Alles gut. Ey, Bro, guck mal, ganz ehrlich, nimm du lieber. Ey, weil der Run läuft echt gut bis jetzt und ich will den nicht blowen. Okay, come on, irgendwas Sinnvolles. Bitte irgendwas Sinnvolles, bitte irgendwas Sinnvolles. Ja, ich meine, ist okay, I guess. Wo bist du gerade dran, Bro? Soll ich zu DS? Sollen wir erst mal zusammenkommen wieder? Ja, Mann, wir können auch, wenn du möchtest, also eigentlich können wir, finde ich, aus dem Nether rausgehen. In der Overworld gibt es nochmal so viel mehr Blöcke, die wir ausprobieren können. Ja, 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 ja. Haben wir schon mal Feuer abgebaut, Bro? Nee, ich mach... Oh. Oh, Enderman! Oh mein Gott! Dicker, let's go! Und ich hab ein Feuerzeug. Wir haben Enderperns. Enderperns sind fertig. Machen wir oben. Nice, machen wir oben. Ja, machen wir oben. Das ist eins von zwei wichtigen Sachen. Geil. Kevin, ich sag dir ehrlich, wenn wir jetzt halt hier nicht an einem stabileren, entspannteren Spot rauskommen, bin ich auch ein bisschen sauer. Oh, mein Gott, wir sind draußen. Ja? Wir sind draußen. Oh! Wir können uns Wetten craften. Ja, wir haben leider... Ich dachte, wir können uns easy... Hast du Holz? Wir haben kein Holz. Holz ist halt ein ganz großes Problem. Achso, da war ja was. Digga, I remember. Wir können noch entrindete Birke versuchen. Birke ist das Einzige, was wir noch nicht probiert haben. Alright. Zombie. Zombie geht klar. Ja, Zombie geht übelst klar. Ich hab das Holz. Ich hab leider keine Axtblow. Ich nimm das einfach. Pass auf, hier ist ein Skelett noch. Ja. Ja, wenn du Betten machen kannst, wäre traumhaft. Oh, jetzt mach ich ein bisschen strecken hier. Oh. Da haben wir ja direkt neue Blöcke zum Ausprobieren. Dann nimm mal du deins. Ich nimm... Niemals. NIEMALS! No! No way! No way! Was? Und vor allem... Sie schießt jetzt einfach so das Feuer auf den Boden. Hätten wir jetzt noch nicht den Enderman und würden es halt löschen. Oh my god. Dann hätten wir dann den hier. Alter, Junge. Bro. Krank. Kevin, das ist es. Ey, ich brauche das andere Bett gar nicht jetzt ab, oder? Das brauchen wir gar nicht jetzt ab. Brauchen wir gar nicht. Nee, aber wir brauchen halt... Wie viel schwarze Wolle hast du noch? Aber du hast... Wir brauchen ja nur eins. Okay, wir haben schon mal die erste Enderperle, Bro. Du bist der Beste. Wir müssen uns halt irgendwie noch um Bogen und Pfeile kümmern, ne? Ähm... Ich habe... Also halt ein Skelettwerk. Ja, weil ich aus irgendeinem Grund habe ich halt super viele Federn. Wo ist die denn her? Haben wir irgendwas mit Federn gekillt? Ansonsten können wir halt einen Villager spawnen, den... Ja, Fletcher. ... diesen Einatzen machen, genau. So den Fletcher. Und dann Dartraiden. Ja, das machen wir. Und dann Holz. Aber dann brauchen wir halt super viel Holz, ne? Das ist ein bisschen... Ja, aber ein paar Zombies aber... Wir müssen nicht ultra viel abbauen. Das geht schon. Ich habe 16 Stück. Kannst du dich darum kümmern, einen Flint nochmal... Du hast 16 Enderperlen? Ja. Okay, ich hab 10. Kannst du einen Villager spawnen? Äh... Ja, warte jetzt kurz. Hier. Digga, das ist so geil. Ich muss den Fletch... Aber wir brauchen ja richtig viel Holz, right? Ne, nicht ultra viel. Es geht. Ich werde so viele Pfeile holen. Ich Fletch den Cable... Ich will noch einen machen, dann haben wir zwei, oder? Wir brauchen... Es reicht wirklich einer, Bro. Warte. Aber wir haben noch keinen Emeralds. Doch, also... Guck mal, ich hab jetzt schon mal... Wenn jeder einen Halmstack Pfeil hat, das reicht aus fürs End. Ja, safe. Also, es fühlt sich merkwürdig an, aber es ist mal wieder soweit. Ich würde sagen... Digga, let's go. Ende Auge. Machst du? Ende Auge Nummer 1. Mhm. Auf einen guten. Auf einen guten. Ende Auge. Es geht hier runter. Hier unter uns ist es. Ja, guck mal, die stacken so raus. Alles gut. Oh. Ja, die flutschen. Warte, warte, warte. Ich geh mal rein auf Risky, ja? Rutsch möglich, Bro. Kannst du hier oben ein bisschen aufpassen? Ich pass auf. Ey, Bro, das ist perfekt. Guck dir das an. Bro. Digga, die spawnen einfach nach oben. Oh, er ist suffocated. Okay, okay. Okay, er ist der Einzige, der suffocated. Ab hier ist suffocated nie. Oh, ist das traurig, Digga. Ja, machen wir lustige Musik. Warte mal, warte mal. Hier ist auf einmal ein Frosch gespawnt. Wer ist denn er? Wer ist ein anderer Block wahrscheinlich abgebaut. Ja, okay, warte mal. Ich muss mich konzentrieren. Ey, Bro, ich baue auf jeden Fall auch gleich eine neue Pickaxe. Oh, nein. Oh, nein, 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 nein. Was ist da? Was ist da? Ganz kurz, ganz kurz. Chill kurz. Rede mit mir. Was war da? Nein, nein, nein. Ich kann nicht. Ich glaube, ich habe es gut gelöst. Ich habe aus Versehen einen angehauen, aber ich habe es ganz gut gelöst, Bro, mit dem Wassereimer. Mach Wasser hin. Oder mach Wasser für mich hin, dann komme ich mit runter. Ich mache ihn ein bisschen frei, oder? Ja, mach nochmal zwei Blöcke frei, aber mach Wasser hin, dann komme ich runter. Digga, das sieht so dumm aus von oben. Ich warte mal, bis die ein bisschen gestorben sind. Es gibt auf jeden Fall eine Menge Fische wieder. Ja, auf jeden Fall. Ja, brauchen wir nicht, aber es ist gut to have, I guess. Also, es wird ja auch bald Deep Slate kommen, ne? Was war denn nochmal Deep Slate? Normales Deep Slate. Spinnen. Ja, was war denn das? Spinnen. Spinnen. Okay. Geht noch, oder? Ja. Kannst du unten bei dir frei machen, dann würde ich mit runterkommen? Warte. Kannst du droppen? All right, bin da. Geil. Dann mache ich jetzt weiter. Müsst du hier nicht langsam mal, dass der Stronger kommt. Oh, Bro, wir haben hier neue Blöcke. Ich weiß nicht, was es ist. Ich lasse jetzt mal alles kurz, äh, Dingsen. Ja. Vielleicht können wir ihn auch umbauen, das wäre das Beste, ne? Ja, das wäre das Beste. Bau einfach in Richtung Ost ein bisschen weiter. Okay, hier können wir, hier können wir, hier können wir. Das ist wieder Eisbärensit, das ist wieder so typisch, ne? Es kann nicht ein Super sein, Bro. Diese Dinger verfolgen mich, Basti. Seit diesem einen Randomizer, den wir gemacht haben. Okay, Dirt, was war Dirt? Äh, Guardian, oder? Oder, Guardian war... Guardian? Ähm, ja, Guardian. Nein, eher. Wither, 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 Wither. Was mache ich jetzt? Du tötest ihn mit dem Schwert. So, im Bett chillt, eigentlich pennen will und dann noch labert. Checkst du? Ja, ganz kurz, ich habe den Stronghold. Komm runter. Lass uns erst einen größeren Raum machen, Bro. Weil wir nicht wissen, was das hier ist. Ja. Hinter uns, richtig? Ich habe keine Ahnung, ob sich die Spinnen einfach weg tippen, ne? Ja, ich glaube, die kommen unter... Oh nein, die sind unter uns. Oder? Ich glaube, die spawnen sich in den Raum rein. Oh. Wir haben, by the way, drei Stormbrick-Blöcke zur Auswahl. Mossy, Cracked und den normalen. Choose your fighter. Ey, ich sage dir ehrlich, ich wollte als erstes den Mossy abbauen. Dann mach's. Aber stell dich nicht drauf. Wollen wir Wasser placen oder so? Ist das smart? Bro, wenn der jetzt ein Wither ist, dann wird der auch jetzt... Also mit Wasser wird den jetzt auch nicht jucken. Alright, come on. Oh, super, beste Mann. Okay, rein droppen und moving, oder? Ja. Digga, guck mal, wie es hier aussieht, Digga. Junge, oha. Okay, wir müssen nochmal überlegen. Wir machen hier so einen kleinen Show-Crop, weil durch die Tür kommen die nicht. Mhm. Wollen wir die Tür einfach abbauen? Ja, oder so. Und dann kommt ein Wither. Ich würde ungern jetzt noch Blöcke... Oh, Digga, ja. Die Tür droppt ja auch was. Oh mein Gott, ja, ja, ja. Nee, nee, auf gar keinen Fall was abbauen. Alter, das habe ich schon vergessen. Ich würde jetzt einfach keine Blöcke mehr abbauen, ne? Ja, ja, wir bauen nichts mehr ab. Bro, weißt du, was das Schlimmste ist, was passieren kann? Sag es mir. Dass wir jetzt gleich im End in so einem, wie sagt man das, in so einem Kasten spawnen und wir dann nicht rauskommen, ohne was abzubauen und dann die Sache, die wir abbauen, grauenhaft ist. Bro, dann sind wir am Arsch. Du hast recht, wir müssten, by the way, diesen Block abbauen. Wir hatten den normalen ab. Was haben wir abgebaut gerade? Mossi, ne? Den Mossi, Mossi, ja. Dann machen wir es. Was ist mit Mossi drunter? Okay. Kriegen wir hier irgendwie... Ich baue mal die ab, ich baue mal die ab. Hier sind mehr Mossi, warte, ganz kurz. Hier ist Deep Slate. Ja, gut. Hier, 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 hier noch mehr? Ja, wir kommen da durch. Geil. Oh mein Gott. Ist das bosshaft. Mach auch mit deinem oder... Ja, bin bei dir. Dicker. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben es. Da ist es. Ja, ja. Dicker. Ey, was ist mit dem Spawner? Spawner bauen wir nicht ab, oder? Kevin. Ne, machen wir nicht. Bau dich einfach hoch. Bau dich drei Blöcke hoch. Drei Blöcke hoch bauen. Na dann, Kevin. Okay. Wir haben keinen Kürbis. Keinen Kürbis. Denk dran. Ja. Im Notfall hoch bauen oder Wassereimer. Okay, let's go. Rein. Kevin, wir machen es. Bitte, bitte nicht in deinem Kasten. Bitte nicht in deinem Kasten. Oh. Okay. Okay, ja. Ja, ich habe auch sonst noch genügend Blöcke. Wir könnten auch zwei... Warte, lass Enderpill nehmen, oder? Äh, ja. Ich habe übel viele. Ich habe 40 Stück, Bro. Gib mir die Hälfte. Ich habe dir mal... Ja. Alright. Sehr gut. Passt wirklich auf die Enderman, ne? Aber du hast im Notfall, Kevin, du hast immer noch ein Totem, ne? Ist es smart, immer nach oben zu gucken? Machst du es so, oder wie machst du es? Ja, also einfach, ähm... Ja, genau. Einfach vier nach oben gucken. Boah, ich bin so angespannt, what the fuck. Ich will jetzt einfach finishen, Mann. Das wäre so eine... Stell dir vor, wie traurig das wäre, wenn wir es jetzt nicht schaffen. Okay, hab einen. Warst du auch in Finnland, oder warum redest du über Finish? Wieso? Scheiße. Oh nein, komm, erklär den Geh. Komm, erklär den Los, bitte. Du hast Finishing gesagt. Ich habe gesagt, warum redest du über Finish? Oh mein Gott. Nee, doch. Bitte lass. Ich wünsche dir, du hast ihn nicht erklärt. Ähm, siehst du noch einen? Ich ziehe keinen. Ja, da, wo er saugt. Ah, danke, Digga. Danke, Mann. Ist mein erstes Mal Minecraft. Bro, du hast mich doch gefragt. Hast du den da oben schon gehittet? Der ist schon weg. Es ist nur noch Zeit, den Enderdrachen zu hitten. Oh mein Gott, Basti. Ich bin aufgeregt. Bruder, lass bitte wirklich diese Psychose enden. Geil. Oh mein Gott. Take aim, let's go. Take aim, im Ende. Lass dich über den Magma Cube, bitte einfach nicht stören, alright? Der wird über den Flügel reingehen, oder wo nochmal? Ja, eher über hinten, aber hinten ist halt echt scheiße erhöht. Ja gut, sehr gut, Kevin. Sehr, sehr, sehr gut. Ich bin irgendwie reingekommen, Bro. Ich hab's einfach mal gemacht. Bro, sehr stark. Schön, 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 schön. Oh mein Gott, Junge. Let's go, let's go. Gut. Sehr schön. Alright, Kevin. Machen wir. Ja, was? Wir enden das. Machen wir mal zu den Ding. Feierabend. Oh mein Gott, Basti. Oh mein Gott. Let's go. Let's go. Es ist vollbracht. Der Monster Block Randomizer wurde bezwungen. Bro, was war das für ein Run? Also ernsthaft. Als wir in dieser Höhle waren, da war Wither. Dann sind wir in den Nether gegangen. Auf einmal ist der Warden da. Bro, es war ein absolut krasser Win. Papa, Platte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir Minecraft-Wil zu spielen. Let's go, Alter. Big. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ey, super, super gerne. Leute, lasst unbedingt einen Like da. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr mehr Challenges mit Papa-Platte sehen wollt, checkt seinen Channel ab. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut. Haut rein und ciao, 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 ciao. Ciao, ciao.